Hast du mich in der Hand? Trägst du das universelle Gewand? Die Frage ist aus der Antwort geboren. Die Frage ist aus der Antwort geboren, die dir gegeben wurde. Und wer da nicht das Wissen zur Verfügung gestellt, würdest du nicht die Frage stellen? Die Frage ist aus der Antwort geboren. Die dir gegeben wurde. Und wer da nicht das Wissen zur Verfügung gestellt, würdest du nicht die Frage stellen? Die Frage ist aus der Antwort geboren. Na ja, weißt du, ich geh dann einfach mal spüren. Die dir gegeben wurde. Dann leg ich mich hin, dann steh ich wieder auf, dann trink ich was. Und wer da nicht das Wissen zur Verfügung gestellt, würdest du nicht die Frage stellen? Und wer da nicht das Wissen zur Verfügung gestellt, würdest du nicht die Frage stellen? Die Frage ist aus der Antwort geboren. Die Frage ist aus der Antwort geboren. Und wer da nicht das Wissen zur Verfügung gestellt, würdest du nicht die Frage stellen? Die Frage ist aus der Antwort geboren. Und wer da nicht das Wissen zur Verfügung gestellt, würdest du nicht die Frage stellen? Und die Frage stellen? Der große Wunsch für mir ist einfach nur Geduld, das Spüren, spüren zu können, ohne es loswerden zu wollen. Also die Tendenz, mich selbst vermeiden zu wollen, weil es sich so unangenehm manchmal fühlt, würdest du nicht die Frage stellen? Einfach nur spüren zu können. Und wenn nicht, dann muss ich halt den Widerstand spüren, dass ich mich nicht spüren will und trotzdem spüren. Und wer da nicht das Wissen zur Verfügung gestellt, würdest du nicht die Frage stellen? Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020